Ähm, Elen? Ja? Ich hab Angst. Wovor hast du denn Angst? Ich hab Angst, dass mein Kopf platzt. Wieso sollte denn dein Kopf platzen? Hast du Kopfschmerzen? Nee, aber wenn ich jetzt jeden Tag in der Schule so viel lerne, dann kommt das alles in meinen Kopf und dann wird das immer mehr. Und mehr und mehr und dann ist da so viel drin, dass gar kein Platz mehr dazwischen ist. Und dann macht's Bumm und dann, dann platzt mein Kopf. Nein, nein, das passiert ganz bestimmt nicht. Nee. Nein, in deinem Kopf ist ganz viel Platz. Ich? Ja, weißt du, die Sachen, die du lernst, die sind klitzeklitzeklein. Nein, die können sich nämlich in deinem Kopf ganz, ganz klein machen. Echt? Ja. Und in deinem Kopf gibt's ganz viele Regale und da werden die alle einsortiert. Echt? Ja. Und da haben die alle Platz. Der wird nie zu klein sein. Du kannst ganz viel lernen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das wird eigentlich klein im Kopf. Ja, das macht sich ganz klein und trotzdem ist es da. Und wenn du es brauchst, dann kommt es raus. Und dann ist es wieder groß. Ja, dann ist es wieder groß. Genau. Ha. Tolle Sache, ne? Ja, stimmt. Ja, ich bin.